Hallo und herzlich willkommen zu CC2 TV. Da sind wir wieder. Es gibt Leute, die haben sich gewundert am Montag, dass keine Sendung kam. Aber okay, wir haben gesagt, eine Woche, einen Montag, Audio, den nächsten Monat Video. Jetzt kam Thomas dazu und hat so unheimlich viele Themen mitgebracht. Da konnten wir eine Zeit lang jeden Montag ein Video machen, auch in Konkurrenz zum Audio. So, und jetzt über Weihnachten haben wir gedacht, na gut, Online-Termin, Montag, das können wir ja vielleicht mal ein bisschen ändern, wenn die Leute wieder arbeiten müssen. Wir haben das einfach vorgezogen. Jetzt auf Freitag, Freitagvormittag online, dann haben wir den ersten Weihnachtsfeiertag, den zweiten Weihnachtsfeiertag, den dritten Weihnachtsfeiertag. Zeit in Ruhe, das hier anzusehen. So, und dann geht die Arbeit wieder los. Und dann kommt Neujahr und dann machen wir das gleiche Prozedere. So, und wenn Ihnen das gefällt, dann melden Sie sich doch einfach. Ist es besser, wenn wir den Online-Termin vorziehen, wenn wir das dann natürlich auch entflechten mit dem Audio. Und eventuell, ja, ich habe die Befürchtung, kommen auch nächstes Jahr wieder ab und zu mal wöchentlich neue Videos. Also, einfach mal die Meinung dazu schreiben, ordentlich und anständig, sonst wird es gelöscht. Und dann gucken wir uns das an. Wir gucken uns aber auch die Abrufzahlen an, ob das besser passt, ob mehr zum gleichen Zeitpunkt anrufen als früher nach dem Online-Stellen. Gut, das war es eigentlich. Heute, das, was sich so angesammelt hat. Kein großes Thema, nicht irgendwas Großes. Kleine Sachen, keine Gimmicks, sondern schon nützliche Dinge, mehr oder weniger, aber einfach ein bisschen zusammengefasst. Aber das kann und will ich auch gar nicht allein machen. Thomas ist im Studio. Thomas, du hast ja auch zwei Themen vorbereitet. Ja. Und läuft alles? Ich denke, ja. Wir machen das mal so wie früher. Oder viele Themen auf einmal. Okay. Und dann ein bisschen hin und her. Ein bisschen hin und her. Ich darf anfangen. Machen wir heute mal so. Danke. So, Anfang. Ich meine, es gibt ja eine sehr, sehr hohe Verbreitung in Deutschland mit der Fritzbox von AVM. Und viele Leute nutzen ja auch diese Schalter, die über DCT gesteuert werden, über eine besondere Form. Also nicht der Bereich und das, wo die Telefonie darüber funktioniert. Und diese Dinger sehen dann, na jetzt habe ich sie hier schon verhunzt. Aber ich ziehe mal die Stecker hier raus. Sehen dann so aus. So, jetzt gucken wir uns die mal an. Das hier ist das Standardteil. Das ist das DECT 200. Und das hier, das ist ein Spritzwasser geschütztes. Damit kann man gerade jetzt so die Außenbeleuchtung für Weihnachten oder sowas machen. Nicht unter Wasser setzen und nicht da, wo der Regen drauf prasselt. Aber, okay. So, das ist dieses DECT 210. Größer? Warum? Kleiner? Preis? Also, ich habe es beide gefunden. Entweder bei Ebay oder sowas oder Amazon oder wo auch immer. Bei einigen anderen Händlern, die nicht über diese Monster-Plattformen verkaufen. Um die 45 Euro herum. Beide. Teilweise war sogar die größere etwas günstiger. Ich habe mir gedacht, naja, gut, die ist für Außen, die ist für Innen, gibt es sonst noch Unterschiede. Und habe welche gefunden. Und zwar etwas, was ich finde, ganz Wichtiges. Ich zeige es Ihnen mal. Das sind solche, ja, Teststecker. Da kann man gucken, ob so eine Steckdose richtig verkabelt ist. Da sind Glimmlampen drin. Die sind da so aus früherer Zeit. Ich habe sowas natürlich auch modern. Aber die sind mir hier zu kompliziert und zu dunkel. Da ist so viel Krempel da drauf geschrieben. Zum Betrachten ist sowas einfacher. Ich stecke das Ding mal hier rein. So. Die Steckdose ist eingeschaltet, wie wir sehen können. Und da sehen wir hier sind, sehen wir das? Ja, wir sehen es. Sind hier beide Glimmlampen an. So. Und die dritte ist aus. Das signalisiert mir jetzt. Die Polung ist richtig. Und die Steckdose ist also richtig angeschlossen. Jetzt nehme ich hier das zweite, identische Teil. Und stecke das hier in die 210er hinein. Und, welch Wunder. Auch da genau das Gleiche. Alles in Ordnung. Alles schön. Alles richtig. Was soll das jetzt? Pass auf. Ich habe hier meinen Fernschalter mitgebracht, damit ich hier nicht draufdrücken muss. Jetzt schalte ich mal diese Steckdose hier aus. Diese hier. So. Und was sehen wir jetzt? Ich glaube, wenn ich die Hand drüber tue, kann man es besser erkennen. Oh. Da ist eine Leuchtdiode. Ne. Eine Glimmlampe ausgegangen. Ich schalte nochmal ein. Ja. Also man muss genau hinsehen. Man kann es, glaube ich, erkennen. Jetzt sind wieder beide an. Und jetzt wieder aus. So. Jetzt ist nur noch eine an. Eine an. Was heißt denn das nun? Wie üblich bei vielen Schaltern, Netzschaltern, Lichtschaltern, Schaltern an Steckdosen, Leisten und so weiter, wird nur eine Ader abgeschaltet. Eine Ader. Das heißt, je nachdem, wie rum ich jetzt in der Steckdose meinen Stecker stecken habe oder diesen Zwischenschalter stecken habe, kommt immer noch die Phase raus. Es wird dann der Nullleiter abgeschaltet. Drehe ich es andersrum, wird die Phase abgeschaltet. Da kann nichts passieren. Denn auf dem Nullleiter kriege ich in der Regel keinen Schlag, wenn alles in Ordnung ist. So. Das heißt, hier, das Ding, da muss ich schon vorsichtig sein. Es kann sein, wenn der Verbraucher ausgeschaltet ist, dass ich trotzdem noch die Phase auf dem Verbraucher drauf habe oder wenn ich irgendwo pummel oder mache, da ich einen Schlag kriege. Nehmen wir die nächste hier. Die gucken wir uns natürlich auch an. Ich weiß ja, das geht nicht so ganz so gut. So. Und dann schalte ich die mal aus. Hoch. Das sind ja beide ausgegangen. Ich schalte sie wieder ein. Da. Beide wieder an. Beide aus. Das heißt, hier wird sowohl der Nullleiter wie auch die Phase geschaltet. Das heißt, egal wie rum ich das da in der Steckdose habe, ich kann, wenn ich im ausgeschalteten Zustand niemals einen Schlag bekommen. Also habe ich gesagt, mache ich das, was ich am liebsten mache, kaputt. Ausschatten. So. Nehmen wir den mal raus. Ich habe natürlich schon geschraubt. Die haben da spezielle Schrauben dafür verwendet, damit man das Ding nicht auseinander machen kann. Wie man sieht, geht es auch nicht. So. So sieht das aus. Ein bisschen Elektronik da drin. Sauber aufgebaut. Da ist das Relais. Weil wir gerade mal dabei sind. Ich zeige Ihnen noch etwas. Eine Steckdose. So eine ordentliche Steckdose gehört ja auch, wie man hier sehen kann, an dieser Stelle ein Mikrofon. Das ist nicht zum Abhören da, sondern diese Steckdosen, nicht die ersten davon, nicht die alten, sondern ab einer gewissen Baureihe. Und die können ja auch per Schall gesteuert werden. Per Pfeifen. Man kann die Frequenz einstellen und die Intensität, wie sie reagiert. Auch Händeklatschen geht und so was. Deswegen ist ein Mikrofon drin. Zum Abhören habe ich noch nicht gefunden, dass man das dafür verwenden kann. So. Gehen wir mal an die 210er. Dann machen wir das Gleiche. Die habe ich natürlich auch schon aufgeschraubt. Und wenn sie keine diese Nacht wieder zugeschraubt hat, sollte es ja auch auseinander gehen. So. Da fällt als erstes auf, hier ist eine Gummidichtung drauf. Spritzwasser geschützt. So. Und jetzt kann ich das hier rausnehmen. Und jetzt gucken wir hier drauf. Da sehen wir gar nichts. Wir sehen nur massiv die Anschlüsse für Strom. Jetzt gucken wir mal. Nehmen wir das hier raus. Da ist noch eine Gummidichtung. Also die haben ordentlich gearbeitet. Und da sehen wir zwei Relais. Die schalten das nicht mit einem Relais, mit zwei Kontakten, sondern die nehmen zwei getrennte Relais. Warum? Wer weiß. Billige oder irgendetwas. Das ist ja auch eigentlich vollkommen egal. Aber hier kann man sehen, das sind zwei Relais. Hier wird also tatsächlich zwei Polig getrennt. Nur weil wir gerade dabei sind. Das hier sind die Antennen. Da und da für die ECT. So sehen die aus. Ist ja noch nicht viel. Und jetzt muss ich dann nachher sehen, nach der Produktion, dass ich das wieder ordentlich zusammenkriege, damit die wieder richtig dicht wird und Spritzwasser geschützt wird. Na gut, wenn sie nicht dicht ist, passt sie auch zu mir. Kein Problem. Also, wenn Sie so etwas nehmen und wenn es Sie nicht stört, dass sie etwas größer und etwas klobiger ist und im Innenbereich kann man vielleicht auch noch den Deckel hier abmocken. Einmal zumindest. Und davon ausgehen, dass der Preis identisch ist. Zur Sicherheit im Haus ist die DECT 210 von AVM. Steht die irgendwo drauf? Ja, da steht 210. Auf jeden Fall die bessere Lösung. Die schaltet zweipolig aus. Da kann hinterher nichts passieren, selbst wenn ein Junior mit Schraubendreher da irgendwo drin rumfummeln sollte. Aus heißt hier wirklich aus. Bei der heißt aus nur Stromkreis unterbrochen. Aber wo, auf welcher Seite, das weiß man nicht. Also, das ist aufwendiger, deutlich stabiler konstruiert, massiver und die macht insgesamt auch einen mechanisch besseren Eindruck und elektrisch über jeden Zweifel erhaben. Ich wollte es Ihnen nur mal sagen, es ist mir aufgefallen, ich wollte mal wissen, warum hat die ein großes Gehäuse, habe reingeguckt und habe gesagt, zwei schwarze Kästen, was soll denn das da? Aber es macht durchaus Sinn und ich finde es eigentlich ganz toll, dass es so etwas gibt. Die sollten alle zwei Reliefs haben, zwei Polig abschalten. Naja. Gut, abschalten. Ich schalte mal ab. Ich gucke mal, Thomas scharrt schon mit den Hufen. Wollen wir mal sehen, was er vorbereitet hat. Und das, was ich mitbekommen habe, fand ich schon mal gut. Den Effekt mit dem abgeschalteten Nullleiter, aber der noch eingeschalteten Phase, konnte man eine Zeit lang ziemlich gut beobachten. Als es noch, als die Glühbirnen langsam aus der Mode kamen, aber die LED-Lampen noch nicht da waren, da gab es diese Leichenfinger. Und die haben dann so im Dunkeln, so ganz, ganz dunkel, ein bisschen geflackert, zumindest einige davon. Da konnte man das auch sehr schön feststellen. Aber wir kümmern uns jetzt um was anderes. Wir kümmern uns nochmal um HDMI-Funkstrecken, wie sie wohl auf Deutsch so üblicherweise heißen. Wolfgang hatte sowas innerhalb des letzten Jahres zweimal mitgeschleppt, einmal mitgebracht. Einmal gab es das in teuer und sehr gut und einmal in günstig. Und das war letztlich Betrug, weil es eine analoge Übertragung war in miserabler Qualität. Jetzt haben wir hier so die goldene Mitte davon. Das Ganze ist günstig und gleichzeitig auch irgendwie relativ gut. Kostet wohl, wenn man ein bisschen Glück hat, so um die 100 Euro. Wolfgang meinte, es gibt die auch irgendwie für ein paar 90 Euro, je nachdem, wenn man da aufpasst. Und woraus besteht es? Es besteht aus dem Sender. Das hier ist die Sendeeinheit. Die wird dann per HDMI verbunden mit einem Computer, wie hier der Computer in der Tastatur eingebaut. Das Ganze hat eine Stromversorgung. Da kann man hier gleich an USB gehen, wenn man sowieso einen Computer daneben hat oder einen Netzteil verwenden, wenn man keinen dabei hat. Und dann sehen wir jetzt hier in der Totalen das Bild, was dieser Computer erzeugt. Also wenn ich hier auf der Tastatur die Fenster wechsle, dann sehen Sie, da passiert das. Aber es ist kein Kabel zwischen dem Computer und dem Monitor gelegt, sondern bei Wolfgang auf dem Tisch steht so ein größerer Kasten mit einer ziemlich langen Antenne dran. Das ist der Empfänger, auch wenn er ganz anders aussieht, das ist der Empfänger von dem Dingen. Und der empfängt das Signal, setzt es wieder auf HDMI um und man kann es da auf dem Monitor sehen. Nun, was gibt es dazu zu sagen? Qualitätsmäßig bei Standbildern sehe ich keinen Unterschied zu einer Kabelverbindung. Die Latenz ist spürbar, aber gerade so spürbar nicht, aber sie stört nicht. Das heißt, wenn ich hier eine Betätigung mache, damit es auffällt, also Fenster, das geht, Sie hören wahrscheinlich, wenn ich hier auf der Tastatur rumklampfe und sehen das Bild, das geht quasi in Echtzeit. Es wird die wenigsten stören. Wenn Sie darüber Fernsehen schauen wollen, es macht keine komplett ruckelfreie Übertragung. Die Übertragung ist zwar fast gut und fast perfekt, aber es stört irgendwo. Und das Gleiche auch bei Computerspielen. Wenn sehr, sehr viel Action ist im Bild, dann merken Sie, dass die Framerate eben nicht bei 50 Frames in der Sekunde liegt, sondern irgendwo ein bisschen da drunter. Wo das Ding auch an seine Grenzen kommt, wenn sehr, sehr viel Bildinformationen übertragen muss. Digitale Übertragungsformate funktionieren ja so, dass Sie sich das alte Bild angucken und sagen, was hat sich im Vergleich zum alten Bild verändert. Wenn sich zum Bild davor viel ändert, wie wenn wir hier so einen Grafiktest machen, das können wir jetzt hier im Video leider nicht so richtig rüberbringen, weil es da wiederum Verluste gibt. Das heißt, wir wissen nicht, ob die Effekte, die Sie sehen, dann wirklich die Effekte sind, die hiervon kommen oder von der Kompression von dem Video dann später bei YouTube. Wenn so etwas passiert, wo wirklich sehr, sehr viel, wo wirklich darauf angelegt wird, dass ständig irgendwo so das Bild sich ändert, dann kann man erkennen, diese Kreise, die Fransen aus, das sind so Effekte, wie wenn man eine JPEG-Datei schlecht komprimiert. Also das sind ganz klar die Grenzen davon. Aber ansonsten, wenn Sie in irgendeinem Meeting Ihre langweilige PowerPoint-Präsentation präsentieren wollen oder wenn Sie da einen Familienabend mit den Urlaubsfotos von letztem Jahr machen wollen, so etwas, ist das absolut ausreichend, das Ding. Wo ich nicht von überzeugt bin, ist die Anleitung dabei. Die ist so oberflächlich, wie das oft ist bei so vergleichsweise günstiger Hardware. Da steht weiter nichts drin, wie ist das Ding abgesichert. Was passiert, wenn mein Nachbar so ein Ding hat? Verbindet sich das damit oder hat der Sender und der Empfänger, haben die einen fest einprogrammierten Schlüssel? Die Kommunikation selbst passiert über WLAN. Die Dinger bauen ein eigenes WLAN auf. Wir können das hier sehen, wir blenden das auch ein. Da taucht ein WLAN-LK-Dongle auf, hier am Computer, auf dem ich diesen WLAN-Scan laufen lasse. Das Ding ist direkt daneben. Wir haben minus 44 dBm im Moment. Wenn ein Signal minus 44 dBm hat, dann können Sie davon ausgehen, es ist so stark, es beißt Sie quasi. Es ist direkt daneben. Und das ist also eindeutig das Signal, was hiervon kommt. Das ist ein WLAN-Accesspoint, der aufgebaut wird. Der Empfänger verbindet sich damit. Und der Standard, wenn Sie sich an den Standard halten, von dem gesagt wird, dass es der Standard ist, nämlich der, jetzt müssen wir hier im Firefox gucken, der HD-Bit-T-Standard. Dann würden einfach UDP-Pakete, also statuslose Pakete über WLAN, losgeschickt, rausgeschickt. Und der Empfänger empfängt diese Pakete. Da ist der Datenstrom drin und dekodiert ihn, setzt ihn um. So soll es funktionieren. Sie reden hier von einer AES-Verschlüsselung und sagen, es ist alles total sicher. Und wenn man es richtig implementiert, ist AES eine sichere Sache. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Schlüssel generiert wird. Aus meiner Erfahrung, aus der IT-Sicherheit, muss ich sagen, ich habe große Skepsis. Sie sollten, wenn Sie einen Nachbarn haben, der Hacker ist, oder wenn Sie vom Geheimdienst überwacht werden, dann sollten Sie sowas vielleicht nicht verwenden. Wobei andererseits, wir haben vor einem Jahr gezeigt, auch HDMI-Kabel, echte Kabelverbindungen kann man abhören. Also, wie sicher es ist, wissen wir nicht. Das sage ich dazu. Aber viel unsicherer als ein langes HDMI-Kabel, was der Nachbar durch eine Wand hören kann, ist es dann am Ende wahrscheinlich auch nicht. Das ist Ihre Entscheidung. Ansonsten ein nettes Gimmick für den, der es braucht. Und Wolfgang hat auch ein nettes Gimmick. Ein schönes Teil. Wir haben auch mal versucht, so ansatzweise, so ein bisschen was über die Reichweite rauszubekommen, weil diese Dinger mit ihrer hohen Bandbreite natürlich eine relativ kurze Reichweite haben. So nach sechs Meter Entfernung konnte man mit Händen um die Antenne des Empfängers hier schon Störungen verursachen. Gut, ist nicht der normale Betriebsfall, aber so innerhalb eines Raumes sollte es eigentlich relativ problemlos funktionieren. Jo, äh, ich weiß nicht. Tragen Sie Schmuck? Ich nicht. Tragen Sie Kätzchen? Ich nicht. Kätzchen macht man ja früher mit so kleinen fummeligen Verschlüssen dazu. Irgendwie. Und das hat nicht funktioniert. Seit einigen Jahren gibt es hier diese kleinen Magnetverschlüsse. So sehen diese Dinge aus. Und die kann man dann einfach rutschen. Und da sind sie zusammen. So, diese Magnetverschlüsse, die haben mich eigentlich ein bisschen fasziniert. Vor allen Dingen, das kostet ja nichts. Das kostet, bekommt man eine Handvoll für einen Euro oder so. Hier, äh, habe ich immer, das sind noch nicht alle, die ich habe, äh, diese hier, äh, schon ein paar gekauft. Und habe gedacht, Mensch, äh, wenn ich bastel, auf meinen, äh, äh, oder so was, da habe ich immer das Problem, wenn ich externe Sensoren oder irgendetwas anschließe, anschließe, was gepolt ist, und so, äh, weiß ich nicht genau, muss ich genau gucken, oder hab die verkehrte Brille auf. Und da habe ich mir, äh, mit solchen, äh, 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 gebastelt. Das ist jetzt, kommt jetzt von USB, eine Stromversorgung, ähm, habe ich an, einen solchen kleinen Magneten dran gelötet und hab da, damit ich es auch noch besser erkennen kann, äh, hier, äh, zwei Farben drauf gemacht, ist wie immer, rot ist blau und plus ist minus. So, und dann, äh, kam ich ganz einfach, wenn ich jetzt hier, äh, mich nähere, so, dann macht das Tick-Tack und die Leuchtdiode, ist angegangen. Mach mal eine Verbeugung, Leuchtdiode, so, zum Zuschauer, damit er sich freut. Okay, so, ich mach's nochmal ab und dann nochmal, zick-zack, so, dass das wirklich funktioniert, ich zeig's dir einfach mal. Ich versuch's mal verkehrt rum dran zu machen. Den Minuspol, äh, hier an den Plus ran, und was macht der Minuspol? Der will nicht, guck, der duckt sich immer weg. Da, da will er also nun wirklich nicht ran. Und, äh, der Pluspol natürlich hier bei Minus genauso. Wenn's aber stimmt, die Paarung, dann ist alles okay. Äh, eine Spielerei. Äh, schade, dass Magnete nur zwei Pole haben, sonst könnte man für verschiedene Kabel das machen. Aber mir hilft es, äh, wenn ich schnell was abziehen und ran machen muss, immer noch besser, als irgendwo zur Fummel zu stecken und dann festzustellen, dass es doch verkehrt rum war. Ähm, dann, seit einiger Zeit sehe ich, immer und überall Kabel auftauchen. Sowas hier. Äh, USB und hier am Ende befindet sich so ein kleines Dongeldingel-Dungelteil da. und das kann man drehen und das kann man abnehmen und da sieht man sowas ähnliches wie ein, wie ein Kontakt, so ein Pinökel da drin und das kann man wieder drauf machen. Und da gibt es verschiedene, was es nicht gibt, ist Mini-USB, aber es gibt Mikro und es gibt, äh, die, äh, iPhones gibt es Adapter und ich weiß nicht, was alles noch. Äh, wir sehen hier, sind so ein paar dieser Adapter, da unterschiedliche Formate, die sind hier in so einer Aufbewahrungshülle drin. Und es gibt unterschiedliche, da hat sich einer schon drauf gemacht, du sollst ja gar nicht da drauf gehen. Ah, der ist da aus der Halterung rausgesprungen. Es gibt unterschiedliche Kontaktflächenanschlüsse und das sind diese beiden, äh, die mir am häufigsten untergekommen sind. Das eine ist der zweipolige mit dem Pol in der Mitte und das andere ist so einer, der sieht aus wie so eine Mini-Kochplatte aus der Puppenstube. Äh, sind auch nicht kompatibel zueinander, hat auch keinen Sinn, die kriegt man nicht aufeinander. So, und was macht man jetzt damit? Ja, man steckt einen solchen Dongle, zum Beispiel, in mein Telefon hier unten rein, weil, wenn ich dann irgendwo im Dunkeln mit falscher Brille das Ding aufladen muss, bis ich dann weiß, wie rum ist denn das und wo ist denn das und geht das denn da rein, war mir alles zu kompliziert. Ich hab hier so ein paar Kabel und jetzt mach ich einfach Zupp, das war's. Jetzt, äh, noch ein, ach, die hier kann man übrigens sogar noch äh, knicken da, um 180 Grad. Äh, mein, äh, Servierbrett, also mein Sabrett, Achtung, Zupp, und das war's. Meine, äh, Äh, Ärgeruhr, das heißt, dieser Deautorisierer, als Armband, da zum Beispiel, genau das Gleiche. Komme ich, äh, aus dem vier Buchstabenladen, wo ich die Leute geärgert hab, die plötzlich, äh, keinen WLAN mehr hatten. Äh, das hier, Zupp, und das war's. Genau so, da kommen wir dann aber auch zum kleinen Problemchen, äh, mein Blutzuckermessgerät. So, dieses Teil, äh, Glucose testen. Machen wir mal gerade. Äh, der sagt mir, Akku fast leer. Diese blöden Dinger sind immer dann leer, wenn man sie braucht. So, und da hab ich genau so ein Dongle dran, da, äh, und da sehen Sie, das ist jetzt einer mit so einer, äh, Spirale, also, ein anderes Format. und der passt hier nicht. Dann müsste ich dann dieses Kabel hier nehmen. Warum ich da den drauf gemacht hab, weiß ich nicht. So, und der hat sogar noch eine Kabelbeleuchtung. Und dann hier auch. Da drauf, Zupp. Und jetzt lädt er auf. Äh, redet er nicht so besonders, äh, da drüber, aber, äh, so geht es. Also, es ist für mich eine große Vereinfachung, weil ich nicht jedes Mal gucken muss, Mensch, wo war denn jetzt dieses Loch? Wie rum wird denn nun das Kabel angeschlossen? Und dann sind die Buchsen so vermurkst, weil ich da immer, äh, ewig lang jetzt rumgemurkst habe. Und dann passt es nicht mehr so richtig. Äh, eine schöne Sache. Kosten? Naja, äh, ich hab welche gesehen für 20 Euro pro Stück. Aber, und der Händler hat wahrscheinlich ein neues Auto gebraucht, oder seine, äh, Frau einen neuen Nerzen oder so. Gibt es aber auch teilweise pro Stück schon für 4 Euro, um die 4,50 Euro. Wahrscheinlich nach Weihnachten. Vor Weihnachten wollen alle noch Kasse machen. Dann, habe ich noch etwas gesehen. Und zwar, äh, ach, die Neugierigen. Ja, ja, gut, also nach dem Frühstück, so sieht es aus. Also, äh, jetzt funktioniert es doch. Äh, und zwar sowas hier. Ähm, USB-Anschluss, ja, kurz, irgend so ein Knubbel da drin. Und hier auch Magnete. Jetzt kann man sich fragen, was soll der Quatsch? Äh, nehme ich Akku, hänge ich hier ran, ohne zu überlegen, wo hat denn der Plus oder Minus. Äh, steht zwar drauf, macht aber keinen Sinn. Und dann stecke ich das einfach in mein Ladegerät. Und das war's. So, äh, nach, der bringt etwa 1 Ampere. Jetzt muss ich dazu aber was sagen. Äh, ich gehe erst noch mal hier, auf das hier zurück. Also hier, äh, habe ich ein Problem, wenn ich jetzt hier, ähm, diesen, ähm, diesen Eumel hier drauf gehabt habe, äh, und, äh, 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 anschließend schalte ich das ab, behaupte das Teil immer, es sei, obwohl nur dieses Dongle-Dings Bumpster da drin ist, es sei mit, äh, den Computer verbunden und will nicht mehr messen, sondern will die Daten übertragen auf den Rechner, um sie nach Amerika zu schicken. Dann muss ich den Dongle rausmachen. Von einem anderen Hersteller funktioniert das aber. Dann habe ich gedacht, dann messe ich doch mal. Vielleicht hat er hier einen Widerstand drin, oder irgendetwas, äh, und das Ding fragt das ab. Äh, da war überhaupt nichts messbar. Kein ohmscher Widerstand. Nichts ohmsches, also komisch. Nicht ohmisch, aber komisch. So, äh, ich weiß noch nicht warum, vielleicht komme ich irgendwann noch mal dahinter. Wollte ich nur sagen, kann passieren, also nicht wundern. Und hier bei dem Ding, dazu muss ich sagen, das hier, äh, ist etwas, das würde ich mir nie mehr kaufen, weil das einmal nur für Lithium-Ionen ist, nur für 3,6, 3,7 Volt, erkennt zwar die Polarität, aber mehr nicht. Wenn ich da einen Nickel, hoppla, hier, Moment, so, wenn ich jetzt hier, äh, so einen ganz normalen, äh, Akku da, wie wir sie in vielen, vielen Geräten drin haben, so ein Metallhydrateil, da ran hänge, dann bekommt der dicke Backen, und irgendwann platzt der eben, wie das ist, wenn jemand dicke Backen hat. Äh, und das Ding erkennt also nicht, dass der mit einer niedrigeren Spannung geladen werden muss. Es gibt aber welche, die sind blau. Und, äh, die müssen zwingend, zu ihrer Bezeichnung, Oli, irgendetwas heißen die, ich schreib's in den Text unten drunter, äh, die müssen zwingend, äh, eine Bezeichnung haben, zwei Buchstaben dahinter, UC. Wenn das der Fall ist, dann, äh, kennen die einmal, äh, ob sie den Akku haben, mit 3,7 Volt, oder mit 1,2 Volt, und die Polarität, und können auch beide laden. Im Moment, werden auch die wieder für unverschämtes Geld verkauft, kurz vor Weihnachten, sollten aber auch um die 6 Euro, äh, können. Äh, und die gibt es auch, äh, mit einem Ladestrom von, 1 Ampere, äh, und es gibt es ja auch mit einem Ladestrom von, äh, verschwindend gering, ich weiß es nicht, wo über Nacht noch nicht mal, also wenn abends das Telefon leer ist, und ich will, oder der Akku leer ist, und ich will, äh, den aufladen, dann muss ich warten, bis die Sonne wieder aufgeht, äh, damit der einigermaßen voll ist. Äh, auch das Ding, äh, was deutlich besser ist, und nicht dieses, äh, unbrauchbare, werde ich noch in den Text, äh, unter das Video schreiben. Ich wollte es nur mal zeigen, es gibt schöne, preiswerte, praktische Dinge, ich habe hier so ein Dreifachsatz von diesen Kabeln mit, äh, drei verschiedenen Adaptern, oder es waren sogar noch mehr dabei, aber leider kein Mini-USB, die sind also raus, der ist zu groß, passt wahrscheinlich nicht, äh, für 6,50 Euro irgendwann mal bekommen. Ich hoffe, nach Weihnachten gibt es das wieder. Und relativ stabil sind die auch. Ich würde also hier, keine Schleudertests machen wollen, aber sowas geht zum Beispiel. Und anschließend, wie gesagt, das ist, äh, eine Sache, die einfach nur Spaß macht, gehst du da in die Nähe und passt immer. Äh, noch etwas, ich habe eine kleine Lampe neben meinem Tisch stehen, die hat einen Metallfuß, und an diesem Metallfuß, an der Lampe, äh, hänge ich die einfach ran. Es gibt keinen Kurzschluss, die sind so konstruiert, dass der innere Pinökel und, äh, die äußere Kontaktfläche mit dem Magneten, dass die nicht, äh, so, äh, gestaltet sind, dass es da einen Kurzschluss geben kann. Also der Pinökel ist ein bisschen weiter zurück. Gut gemacht, schöne Sache, wenn Sie sowas bekommen können, für 6,50 Euro, drei dieser Kabel, machen sich das Leben viel, viel einfacher. Anschließen und so ist überhaupt kein Thema mehr. Einfach mal schnell zwischendurch. Gibt doch noch tolle, äh, Dinge, tolle Tricks. Ähm, Thomas hat aber auch noch einen tollen Trick auf Lager. Ist ein bisschen fummelig, manche Dinge sind eben so, aber, äh, wollen mal sehen, wie es aussieht. So, und zum Schluss noch eine Sache, die wahrscheinlich für die allermeisten Leute nicht ganz so relevant ist, aber die, für die es relevant ist, für die ist es wichtig zu wissen, dass es sowas gibt. Ähm, es gab mal eine selige Zeit, da, äh, hatten die SIM-Karten in unseren Telefonen eine einzige, äh, Größe. Das war die hier. Die hat überall reingepasst und alles war gut. Und dann kam man irgendwann auf die Idee, dieses Plastik da drumrum wegzuschneiden und daraus eine Mikro-SIM zu machen. Und weil das noch nicht gereicht hat, hat man das restliche Plastik weggemacht und dann gab es die Nano-SIM. Jetzt haben wir dieses herrliche Chaos, man kauft sich ein neues Telefon und da funktioniert die alte Karte nicht mehr, also die kriegt man dann nicht mehr rein. Und dann, ähm, kann man zum Provider gehen und meist kriegt man da kostenlose Ersatzkarte und dann hat man hier so diese, ähm, Ausschneide-Schablonen davon und dann ist die Karte klein und dann will man sie wieder in ein altes Telefon, äh, einsetzen mit diesen Schablonen und das funktioniert alles, ähm, nicht so richtig, weil beim Einsetzen löst sich die Karte wieder da draus und, äh, lauter so ein Chaos. Es gibt aber noch viele andere Anwendungszwecke. Wenn man eine Karte normalerweise im Telefon hat, aber dann aus irgendwelchen Gründen, äh, sie dann mal in einen LTE-Router legen will. Das Telefon hat so einen kleinen Kartenanschluss, LTE-Router hat einen großen. Ähm, ähm, der, der Wahnsinn ist vorprogrammiert für Leute, die eben ihre Karten etwas flexibler verwenden wollen, weil sie vielleicht ein Ferienhaus haben, wo sie am Wochenende die Karte in LTE-Router stecken wollen, unter der Woche haben sie die Karte aber in ihrem Telefon oder andersrum. Leute, die auf Festnetz verzichten, weil sie sich nicht mit Telekom und Vodafone rumärgern wollen, zumindest nicht mit Laufzeitverträgen von 24 Monaten, die sich anfühlen wie 24 Jahre oder für Leute, die halt selten zu Hause sind, weil sie viel und gerne unterwegs sind und keinen Festnetzanschluss haben. Die wollen natürlich auch mal flexibel sein. Die wollen so eine Karte auch mal rausnehmen und dann woanders hinlegen. Das hier sind Adapter. Das ist ein Adapter, wir können das hier sehen, ein 4-in-1-Adapter und das wird als, im Internet, als, unter anderem als Aktivierungswerkzeug verkauft. Da steckt man dann, kann man sich aussuchen, ob man eine Nano, eine Mikro oder eine normale SIM einsteckt. Die heißt ja auch schon Mini-SIM, weil in der Anfangszeit von GSM waren die ja so groß wie Kreditkarten. Das kommt ja auch noch dazu, aber die Zeit ist lange vorbei. Das ist also so ein bisschen so ein Wahnsinn wie bei den USB-Anschlüssen heutzutage. So, und was macht dieser Adapter? Der setzt einfach die Pins von diesen Karten um auf dieses Flachbandkabel und das Flachbandkabel geht ins Telefon und das Telefon denkt, da ist eine Karte eingelegt, aber in Wirklichkeit liegt sie hier daneben. Und wenn das hier wie in dem Fall ein Mikro-SIM-Telefon ist, ein älteres, was ich gerne mal als LTE-Router verwende, weil das Display ist relativ kaputt, aber das LTE-Modem da drin funktioniert perfekt. Also warum das Telefon nicht als Router quasi weiterverwenden. Und da kann man die Mini-SIM einlegen von Zeit zu Zeit, obwohl sie eigentlich gar nicht da reinpassen würde. Jetzt gibt es aber eine kleine Gemeinheit. Sie sehen hier, dass hier verschiedene Kabel liegen und ich kann Ihnen gleich sagen, es gibt nicht für jede Kombination von jeder Karte auf jedes Telefon gibt es die richtige Variante hiervon. Also man kann natürlich diese Platine hier kaufen, die ist dann ein bisschen teurer oder man kann, wenn man sich sicher ist, was man braucht, kann man dann das Ganze einfach nur als Kabel hier kaufen. Aber ich gebe dabei zu bedenken, alleine wenn wir uns das mal hier angucken, auf der Seite, ich meine abgesehen davon, dass der Unterschied hier ist, dass das eine ein Mikro-SIM und das andere ein Nano-SIM-Anschluss ist. Wenn Sie sich sehen, diese Karten haben ja, und das hat sich mit den ganzen Formaten nie geändert, die haben ja immer eine Ecke, wo jemand was abgebissen hat. Und Sie sehen, bei der einen Karte ist die oben, bei der anderen ist die unten. Und da müssen Sie tatsächlich vorher, und das ist halt so eine geometrische Vorstellung, das fällt vielen Leuten auch mir, dann durchaus mal schwer, dann wirklich definitiv vorher zu sagen, sich die Bilder anzugucken, sich das Telefon anzugucken und zu sagen, das Ding brauche ich. Denn zum Beispiel, das hier, das würde nicht passen in das Telefon, was wir hier liegen haben. Das Ding hier, das passt in das Telefon, aber es ist ein Nano-SIM und eigentlich brauche ich ein Mikro-SIM. Das heißt, das ist ein ziemliches Gefummel mit dem Telefon. Es funktioniert, man kann diese Nano-SIM in diesen Mikro-SIM-Slot legen, aber sobald Sie das Telefon ein bisschen berühren, irgendwie ein bisschen irgendwo anders hinlegen, können Sie davon ausgehen, das sagt dann, SIM-Karte wurde entfernt, Telefon muss neu gestartet werden oder sowas. Das Ganze gibt es dann auch dann noch so, bei einigen Telefonen sind dann die Anschlüsse, die Karte wird um 90 Grad vertauscht, eingesetzt. Also, da muss man ein bisschen gucken, aber es ist auf jeden Fall für Leute, die viel mobil im Internet sind und die vielleicht weniger dann zu Hause Festnetz haben, ist das eine schöne Sache und auf jeden Fall eine Sache, die man wissen sollte, dass es sowas gibt. Und was meinst du? Ja, ich meine, das ist wirklich eine schöne Sache, nur das Problem ist, die sind teilweise teuer. Man kann so ein Kabel für 4 Euro kaufen, man kann aber so ein Kabel auch für 13 Euro kaufen, obwohl es genauso viel Material ist und sowas. Und es gibt nur wenige Händler dafür, habe ich gesehen. Ja, und da muss man anfangen zu suchen. Und die technischen Daten, die dabei stehen. Die technischen Daten sind, die Händler schreiben einen totalen Schrott dazu. Also, das ist Wahnsinn. Es gibt auch einige Telefone, die sind vorbereitet, dass man extern eine zweite SIM anschließen kann. Da haben sie einen Adapter, wo man SD-Karte auf der einen Seite und SIM auf der anderen Seite einsetzen kann. Die funktionieren nur mit den Telefonen, die dabei aufgelistet sind. Ansonsten sind die wertlos, sehen aber fast identisch aus, sollte man auch noch dazu sagen. Ja. Okay, also eine Lösung für Bastler, aber sicherlich wichtig, wenn man, wie du sagst, irgendwann mal einen billigen Tarif haben will, um viel laden zu können. Irgendwann kommt die e-SIM, dann wird es vielleicht einfacher, aber... Ja, in Autos gibt es die ja schon. Ja, du kannst, aber die Endgeräte, da dauert das noch, bis sich das so richtig durchsetzt. Okay, das war's, oder hast du noch was? Nö, für heute reicht's. Was sagen wir den Zuschauern? Die mussten jetzt lange aushalten, wir wollten eigentlich was Kurzes machen, aber es ist Weihnachten. Du hast überzogen. Ich, immer ich, ja. Ich, Okay, wir sagen ganz einfach Frohe Weihnachten und bis nächste Woche. Nicht bis nächstes Jahr, bis nächste Woche. Was sagen wir das bedeutet? Ich tu den Daumen nach oben, wir sagen Tschüss und immer einen Biet übrig warten und vielen Dank für die Spenden, die wir jetzt noch einblenden und Tschüss. Musik 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 Musik